Baddha-Hastas Siddhasana ist die Stellung des vollkommenen mit gefalteten Händen. Komme zu Siddhasana, sitze auf einer Ferse und gib die andere Ferse von vorne ans Schambein. Dann falte die Hände und richte den Brustkorb auf. Baddha-Hastas Siddhasana ist für viele Menschen ihre wichtigste Meditationspose. Hier fällt es leicht, nach innen zu gehen. Du hast mit einer Ferse Muladhara Chakra aktiviert, mit der anderen Ferse Siddhasana Chakra und die Hände zeigen in Richtung Manipura Chakra und so hast du alle drei unteren Chakren zum einen aktiviert und zum anderen nach innen ausgerichtet.